Das Programm hat den Dechiffre-Code jetzt geknackt. Die CTU folgt einer falschen Fährte. Sieht aus wie der Plan für einen Sprengsatz. Terror-Warnstufe Rot. Sie sollten sich fragen, ob das nicht vielleicht auch eine Fälschung sein könnte. Jed Bauer kommt der Wahrheit gefährlich nahe. Der Anschlag geht jetzt über die Bühne. Ich gebe Ihnen mein Wort. Noch vor Ablauf dieser Stunde wird Ihr Bruder tot sein. Zum ersten Mal im FreeTV. Die finale Staffel 24 in Doppelfolgen. Nächsten Montag ab 22.10 Uhr bei Kabel 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017